Setzen Sie ein, Präpositionen, er geht, er fährt. Er geht zu Lea. Ans Meer oder zum Meer. In die Berge. Nach Spanien. Nach Afghanistan. Zu Theo. In einen Park. An den Strand. In die Küche. Nach Spanien. Auf meinen Platz. Zur U-Bahn-Station. Nach Vietnam. In ein Café oder zu einem Café. Ins Schwimmbad. Auf oder an den Platz. In die USA. Zum Skifahren. Nach oben. Zu Oma. Zum Bahnhof. ins Bad. Nach Hause. Auf die Kanaren. In den Garten. Zum Arzt. Zu Herrn Müller. An's oder zum Fenster. Bei dieser Aufgabe gibt es natürlich auch einige Alternativen, die wir jetzt nicht aufgeführt haben. zu Training. Untertitelung. Untertitelung. . Untertitelung des ZDF, 2020